und damit herzlich willkommen zurück für unsere zuschauer zu let's play unturned mit ich gehe jetzt mit kirschi und freddy mal wieder kirschi ist neu dabei er hat auch die erste aufnahme für sich und wir haben komplett neu angefangen deshalb sind wir so nackte jungs und ich will freddy in den arsch greifen dass mich die anderen ja und wir haben die charaktere alle zurückgesetzt pass auf hinter dir hier ist ja schon auto kaputt gemacht ich habe ja genau ich habe nur noch 80 leben ich habe mehr als du ich habe mehr als du ich habe nur noch 80 ist und alles alles was wir hier finden an luke kirschi nicht das war vorhersehbar ich habe wieder stimmen oder fischi verprügelt ich muss kurz mal in den tag ich muss das ganze scheiß okay 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 ich habe ich habe ihn auch ich bin fast tot übrigens dann geh einfach weiter weg auch gott freddy weg hier so macht tschüss oh gott ich gehe jetzt mal auf den turm weil ihr kommt nicht hoch ihr solltet übrigens im turm gehen da kommt nicht hoch danke ich habe deshalb gefunden ich habe zwei totgeprügelt ja das lehrt so ein bisschen ich habe hier ein paar bären gefunden weil ich in der wird noch nichts zu tun hat und wir müssen erst mal zueinander finden und die ja ich werde keine ahne von dem spiel ja recht wenig zumindest jetzt habe ich immerhin eine crowbar soll ich mal sagen was das nicht geil ist was man kann okay man kann nicht nur die desert armor mitnehmen ich wollte gerade sagen weil ich hatte gerade die desert armor im backpack gefunden hat das größte backpack wenn ernst ich komme nicht weg oh gott ich bin fast tot wegen dem bug ich habe einen leiter gehangen 44 ich habe 40 prozent bin habe ziemlich viel durst und ich bin ich bin noch der heilste ich habe noch 44 was oder liegt eine waffe shotgun meine sonntag jetzt haben wir im hangar wir machen jetzt alle zombies erstmal tot lock mal alle zu mir ich habe eine maplestrike gefunden ich auch 20 schuss ich habe eine mit 24 gehabt nehme 23 habe jetzt schon zwei verschossen ja von mir ich habe sie ganze presser schon ich habe auch schon irgendwas noch haben sich ein paar zombies in sich gegenseitig reingebacken wo auf dem übrigens hier das hier anmachen da kann uns das presser aufpacken und das ist ein turm welcher turm einer der türme wo wir reingekommen sind hinten links wenn wir sie sehen will ah freddy ich habe gerade auf dich geschossen ja kaputt da haben wir steht im hangar hier den schuss waffen dich so ich habe einen rucksack ich gucke mal wie viel platz der hat hier oben liegen übrigens shells und was ist das mre das heilt 80 prozent von allem was reddy warum hast du jetzt noch einen größeren rucksack gefunden hab der fünf slots und hat 15 15 20 oder so ich weiß nicht genau das ist also das ist wohl jetzt der größte rucksack anscheinend weil er hat also fünf quick slots auf ich bin tot scheiße leute hilfe freddy ich habe ein problem ich habe keine munition mehr wo kommen die alle her das wird schwierig für uns ich wollte jetzt gerade erstmal mein coyote pack sind wir noch zombies ach ich bin zu high ich habe keinen schuss mehr ich auch nicht war ich habe keine schmerz verdammte scheiße macht doch was ich bin high ich habe beeren gegessen jetzt bin ich ja warum machst du denn auch ich hatte hunger wenn ich geh noch ein bär zu essen die holz du nicht da stehe übrigens zwei haben wie es im hangar Ich weiß Freddy, komm her, ich hab Military Bullets Ja, ich hab auch welche, die kann ich nicht reinladen Ja, ich will grad machen, wo ist mein Magazin? Mein Magazin ist weg Da ist Kirschi Wenn du einmagazinierst, kannst du's nicht nachladen Das ist nicht dein Ernst Scheiße, jetzt gib mir mal deine Kroba Gib mir deine Kroba, Kirschi Ich bin hinter dir Gib mir deine Kroba Ich kann wenigstens damit umgehen Da, gönn dir Ich hab gar keine Verteidigungswaffe mehr Du brauchst auch keine Du kannst damit eh nicht umgehen Warte, Freddy, ich komm zu dir Damit ich halt die ganzen Gascans auf Ist mir doch egal Oh, der macht erstmal 10 Schaden Komm her, komm her, komm her Hinter dir Ja, okay Ja, was soll ich machen? Soll ich einfach durchlaufen? Hier sind voll Purification Tablets Nimm halt mit So Kann ich nicht, ich hab keinen Space mehr Ich hab keinen... Ja, warte, ich nimm mit Oder Freddy nimmt mit Hast du jetzt fünf Quick Slots? Ja Chillig Ich hab jetzt übrigens einen Maple Strike mit Licht Und ohne Munition Ich hab ein Carjack Und ne Wooden Ladder Äh, wir brauchen übrigens Benzin Ich hab Einen Penister aufgesammelt Ja gut, hier gibt's irgendwo ne Benzinstation bestimmt Lass uns erstmal die Häuser durchsuchen Und dann äh... Die Benzinstation ist äh... Aber du hast einen Crowbound Ich hab gar nichts mehr Achso, ja, dann kommst du zum Turm Ich geh jetzt grad auf den hinten rech... Äh, vorne rechts den Turm Äh, ich bin direkt hinter dir Okay, ich warst du schon auf den Turm da hinten Und hinter euch ein Zombie Den kann ich nicht töten Hinter uns? Ja Aua, wo? Ich seh ihn Ja, hinter mir ist Achso, okay Ich geh jetzt erstmal auf den Turm Dann geh ich auf den anderen Tower Die ist schon geklärt, glaub ich Also ich war auf den beiden Vorderen Äh, hier liegt noch ein MRE Kann ich auch vollladen Äh, Arming Zeugs MA ist geil Und in 6-fach Zoom Ich hab jetzt 6-fach Zoom und ein Red Dot Und ich hab jetzt 3 volle Benzinstation Dann gib mir mal eins, was du nicht brauchst von den Visieren Äh, ich brauch Munition jetzt erstmal Ich hab keine Waffe Ähm, du bist Sniper Hier, komm, du kriegst das Sniper-Visier Damit kann ich eh nix anfangen Also ich kann mir dabei noch Waffen Schon ziemlich viel anfangen, aber Ich bin ein netter Mensch, du kriegst das Äh, ich brauch aber irgendwas erst noch zu trinken Oh Gott, ich auch Ich hab 55 Hunger und 6- Äh, 65 Durst Ich hab 70 Durst und 59, äh, 59 Hunger Also sollten wir jetzt irgendwie mal 69 Durst 39 Durst Kirschi, du hast nen Kanister Äh, hol mit dem Kanister Benzin aus dem Tank da vorne Hab ich alles schon gemacht Dann lad Ich hab drei Einen haben wir voll Einen haben wir, okay Ja, dann hoffen wir mal's ja nicht kaputt geht, ne? Wollen wir in die neue Stadt rein? Ja, wir fahren sofort in die neue Stadt Weil da könnte was zu essen liegen Weil wir haben alle viel zu viel Hunger und viel zu Durst Wir haben noch keine Canteen Aber ein MRE hast du doch, oder? Ja, Kirschi hat auch noch eins Ein was? Einen MRE Ne, den anderen, den anderen, der ist nicht schwarz Okay, ähm Das kam grad falsch rüber Ja, haha, los, Tank Äh, Kirschi, ähm, MRE hast du? Ja, er hat eins Ja Okay, dann bin ich der Einzelne, der verhungert Ne, Kirschi hat nicht, das heißt, du kriegst das Stress Okay, einsteigen, losfahren Schnell Bin drinnen Bin auch drinnen Ja, ich fach schon los Ich kann hier auf den zweiten Platz gehen, weil es meine Aufnahme ist Wir können übrigens nicht raus, du musst hinten über die kaputten Dings fahren Ja, ist auch grad aufgefallen Oh, scheiße Einmal mit Profis zusammen, weil wir das Spiel auch kennen Oh, da kommt ein Zombie, den überfahre ich Pumm So, und jetzt explodiert jetzt das Auto Ist das übrigens wie bei Minecraft bei dem Shader, dass wenn man da so irgendwie hinguckt, dass dann alles verschwommen ist, das mega geil ist Ich seh gar nichts mehr, ich hab grad Licht angemacht Aus dem Weg Wir kommen jetzt Wir haben schon nach 12 Minuten, oh Gott Boah, ich bin der beste Fahrer der Weltwelt Der Weltwelt Der Weltwelt, oh Gott, da war ein Stein Ein Stein Den wird es da? Fast Ich kenn die neue Stadt ja noch nicht Freddy weiß irgendwie schon wo die ist Hast du noch Munition? Ich hab, ne ich hab nur noch Dings Zeit Ich hab nur noch 20 Leben Ich hab nur 30 Okay, wir sind alle fast tot Sieht hier irgendwer von euch einen Zombie? Ne Ich seh gar nicht, ich steig einfach raus Ja okay, wir steigen hier raus Wir lassen uns Haben wir hier stehen Hast du einen Zombie? Nein, aber Hier ist noch keine Stadt Ja, aber da ist das Stadtschild oder nicht? Was, 2,5 Gigabyte? Nein, das ist noch richtig weit weg Oh okay, dann lass uns weiterfahren Ja 61 Hunger 62 72 Durst Okay, ich jetzt komm 60 Hunger Ich bin schon drin 77 Durst Ich bin auch drin Kann ich irgendwas skillen? Okay, sobald wir über 90 sind Machen wir was mit dem MRE Aber bis dahin nicht Weil das MRE ist halt echt wertvoll An sich Ich hab bisher schon mal geskillt Ja, dann kriegt Freddy auf jeden Fall ein MRE Waffle House Sind wir denn schon da? Ja, Freddy, er schießt den da vorne mal Die da vorne Ich hab keine Munition mehr, hab doch gesagt Scheiße, ich auch nicht! Ich hab da noch eine Crowbar, warte Ich hab nicht mal Waffen mit denen ich mich verteidigen kann, ja? Ne, gar nichts Ich auch nicht, Kirschi Dann war ich aus, ich hab eine Crowbar Das war jetzt nicht sinnvoll, die Zombies von mir wegzulocken Ich wollte denn ein bisschen Oh, scheiße, oh mein Gott Okay, ich hab zwei tot Hier ist noch einer Hinter dir, hinter dir Kirschi, wenn du was sinnvolles machen willst Lock die Zombies nicht hinter mich Wollst du nicht hinter dich laufen? Oh Gott, zwölf Leben Ich kann nicht mehr laufen, verabte Scheiße Fuuuuh Ich hab zwölf Leben Oh fuck, macht das MRE auch ein bisschen Leben hoch? Ich glaub nicht Ich hab, warte, ich hab irgendwelche Tabletten mit Vitamine? Bitte Antibiotika, Antibiotika Oh Gott, Antibiotika Komm, friss, friss, friss Ja Okay, ich hab ein bisschen Leben Wo ist Freddy? Ich bin wieder auf 40 Die müssen in der Stadt und haben gerade ganz viele Zombies hinter mir Warte, ich komme Ich hab 50 Leben wieder Oh, es wird wieder grün Es ist alles wieder grün Oh, ist das schön Freddy, wo bist du, wo bist du? Ich bin hier beim Der Panzer, den man fahren kann Ja, steig bitte ein Überfall Die ganzen Zombies hinter mir Ja, der hat sogar Ich seh gar nichts, übrigens Ja, Kirschi, du fährst Einfach einfach zurücksetzen Einfach zurücksetzen Fahr ruckwärts Ich fahr ruckwärts Nein, einer hat mich dafür getriggert Wow Okay, ich hab ein Problem Ich hab ein bisschen Müll gefunden Da ich aber gerade da mit der höchsten Energie bin, ist das gut Ihr solltet mir immer sagen, wenn wer hinter mir ist, ne? Sonst scherbe ich nämlich Oh, scheiße Warte, wir können die an die Schranke locken Die hängen an der Schranke alle fest Kirschi, komm, über die Schranke gehüpft Ich komme, ich komme, ich bin gekommen Freddy, komm, du auch über die Schranke gehüpft Die können nicht über die Schranke gehen Und dann? Da können wir die töten Ich kann nicht, ich kann nicht springen Ah! Ja, warte, da sind welche Die können übrigens gar nicht hier rumgelaufen Warte, jedenfalls mal Ah, das ist noch weiter Das wird hart Ich hab... warte Oh Gott, wieder 30 Leben übrigens Ich hab noch ein paar hinter mir Ja, warte Gucken, ob ich irgendwas mit hab Ah, mir schnell Fahrt nichts Ich hab alle jetzt hinter mir Okay, ich mach jetzt nochmal den Trick bei der Schranke Komm mal mit Large bottled water War sonst war durstig Soll ich mit dem Panzer zurücksetzen Und wenn sie herkommen dann drüber fahren? Versuchen Nein Okay, dann halt nicht Oh Gott, oh Gott, oh Gott Der Panzer ist zu langsam Fürs Überfahren Rückwärts, ja Vorwärts aber wahrscheinlich nicht Weil vorwärts gibt dem mehr Gas Äh, hab ich noch irgendwas zu essen In der Himmel Vitamine machen kein Leben hoch, ne? Äh, doch 10% Oh Gott, 14 Leben Wollen wir das doch versuchen mit dem Panzer? Nein, ich versuch's ja mit dem Humvee Ich würde aussteigen, der brennt nämlich durch Ja, ja, ja Bin auch schon weg Scheiße, Humvee im Arsch Scheiße, Humvee im Arsch Das ist gut Humvee im Arsch Ich hab übrigens ein Arbeitslicht gefunden Hab übrigens einen Benzikanister zurücklassen müssen in der Stadt Ich hab fast kein Leben mehr Und kein Humvee mehr? Oder davon mit dem Panzer? Der Humvee ist mir grad ehrlich gesagt ziemlich egal Ah Einen Tod Zweiten Tod Wieso bist du jetzt eingestiegen? Ich wollte ihn einfach nur ein bisschen anders Letzte Person, letzte Person, letzte Person Gott, aufregende erste Folge Erste Folge für Kirschi auf jeden Fall Ja komm, einen Schlag noch Oh ja, ich hab alle weg Schön Ich hab ein Gascan Ich brauch irgendwas zu essen, ey Ja, ich auch, ich bin fast tot 89, äh, 89 trinken Ja, dann nimm ne 93 trinken Nimm's MRT Äh, MRE Das fällt 80 von beiden aus Ja, ich nehm's Ich kann nicht anders Ja, ich auch Oh mein Gott, Alter Hier sind gar keine Waffen Okay, man isst es einfach wie ein Snickers Find ich gut Ja Ich wette, jetzt bin ich gleich tot, weil ich kaum Leben hab Ist hier irgendwo eine, äh, Pharmacy Keine Ahnung Guck hier grad rum, aber Ich guck in die Policistation, ob da irgendwas zu futtern ist Äh, zu Waffen ist Ich hab ein Messer gefunden Das ist gut Ich muss ja schon ausrüsten können Das ist Miet Wo ist hier ne Pharmacy, Alter? Oh mein Pelz Gas, hier ist ne... Ah, ich brauch nur Gas Brauch ich nicht, ihr Hure-Döner Raw Bacon Klar, da ist noch ein Zombie Dreckiges Arschloch Ich bin gleich wahrscheinlich tot Toll Das ist MRE umsonst drauf gegangen Super Ist hier keine Pharmacy Oh Gott Das ist ne Poststation Ich lauf jetzt mal ein bisschen Oh scheiße, wie viele Zombies hier auf einmal sind Ja, das ist ja mein Problem Die verfolgen mich auch gerade wieder alle Ich hab grad alle gepullt glaub ich Ja, ich bin hinter dir Ich bin direkt hinter dir Ähm Okay, der Rechtsklick von dem Messer one-hitted auf jeden Fall nicht Von dem Pocketknife Es ist... Es one-hitted auch die Dingens nicht mehr, die Crover Ich bin fast tot, das ist doof 10 HP, 10 HP, scheiße Ich bin bei 14 Hier ist Milch Milch hilft nicht! Weiß ich ja nicht Such eine Pharmacy Äh, Freddy Kleiner Trick Ja? Wir gehen auf den Turm Und dann? Dann muss Kirschi uns retten Ja, da verhungere ich aber vorher Kirschi, viel Spaß mit denen Danke Pull mal Agro Lock die nicht zu mir Da sind die Ich hab Agro gepullt Okay, also wie gesagt, ich sitze jetzt auf dem Turm Ähm Kirschi muss mich retten Oh cool Cool Und Candy Bars kann ich essen So cool AAAAAAAA Oh, ich hab da Suppe gut Den vormer ich wenigstens nicht Ja los, schnappt euch was zu fressen Und dann ähm So viele Zomb... Ich hab übrigens 20 Leben Nur mal so als Info, ne? Ja, ich hab 14 Freddy hat 10 Ich hab jetzt wieder 25 Ich hab 30 Und dann nehm ich noch ein Bandage und ein Rack Dann hab ich wieder halbwegs Leben Freddy, kannst du die hier weglocken? Weiß ich nicht, wo bist du denn? Ich bin auf dem Turm Am Anfang der Stadt Unter mir stehen so 7 Zombies, denk ich mal Au, ich hab noch 10 Leben Kirschi an rennen Ich renne Shift Kennst du die Tasse? Ja, aber ich hab... Ja, wie viel Zombies sind denn vor dir? 7 Unter mir Oh Ja, ne 4, 5 Vielleicht Lock die einfach dann weg, ich will die einfach runter Hat jemand ne Farmstee gefunden, verdammte Scheiße Nein Äh... Kirschi hat auch noch so 20 Es sind 3... Nein, es sind 4 Hast du sie weg? Nein, noch nicht ganz Das ist jetzt doof, weil ich muss hier weg Doch, also ich hab's jetzt soweit... Oh mein Gott, da sind ja auch noch kriechende Zombies dabei Warte, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm Nein! Ah! Fuck! Fast... Oh Gott, hab ich Angst Okay, ich bin unten Ähm... Läufst du einfach weg? Ja Fuck man, ich hab mich grad festgelaufen Freddy, komm mal zu mir Ja Wir machen das jetzt mit dem Umfahren Warum? Ich glaub ich hab die Zombies ein bisschen mehr abgeschüttelt Aber ich glaub noch nicht ganz Ich hab alle getötet Dein Ernst? Ja Warum bin ich nicht ins Auto gestiegen? Ich brauch verdammt nochmal irgendwas zum heilen 14 Leben Ich hab noch Rags Ja, Mann, warum sagst du mir das nicht? Ja, die bringen aber nur 5 Ich muss mich auch erstmal wieder... Okay, scheiße, dann bringt das nichts Dann bringt das nichts Ja, nimm die trotzdem Wie viel hast du? Eins? Ja, ich hab einen weg noch Dieses Dressing und die beiden Benches hab ich benutzt Weil ich auch richtig tot war Äh... Shotgun Shells? Batteries? Ja, Mensch, mal wieder ein bisschen Leben Hier ist doch ein Krankenhaus! Nee, ist kein Krankenhaus, okay Okay, ich hab ne Barrikade, ich hab Roßfleisch Kishi, du hast doch schon einen Rucksack Hier ist nämlich ein kleiner Rucksack, ein Schulbag Achso, du bist hier direkt, nimm da hin Okay Kishi, was? Sag doch, dass du so viel zum ich's hinter dir hast Ich hab kein... ich kann nicht mehr sprengen Ich bin gleich tot Hast du das MRE schon benutzt? Nein, okay Hier ist Animal Pelt ohne Ende Ja, du bist wahrscheinlich gerade im Fleischer Ja, hier ist ein Winchester Clip Keine Munition für die scheiß MapleStrike, ich kotze Ja, ich glaub nicht, dass du MapleStrike Munition einfach so findest Ich hab ne Lampe gefunden, äh, Taschenlampe Glow Sticks, noch ne Taschenlampe Hier ist noch ne Gas Can Oh ja, hier ist noch ne Nahkampfwaffe Äh, Kishi, du hast keine Nahkampfwaffen, ne? Äh, ich bin tot, ne? Sag doch was Oh mein Gott, Kishi ist gestorben Ja, nicht so schlimm Wow Äh, hier ist noch ne Worker Light Ich möchte jetzt eigentlich mal in den Waffenladen gehen Das hier hinten Ähm, ich glaub da war ich grad drin Ne, ich bin weiter bei Tanke Okay, wir haben hier nen Bonjour Clip Ja, den brauchen wir Wofür? Ne, gar nicht wahr, der ist ja nicht für die MapleStrike, der ist ja für die Boah, schon Ja, für die andere Waffe Das war alles, und dann ist hier noch ein Roadflatter drin, sonst ist hier Neumüll Ich hab äh, ein paar Waffen, ich hab ein bisschen was anzuziehen Glaub ich zumindest, hier ist ein Fernseher Hier ist ne Badewanne Ja genau, nicht genug Energie, da sind Zombies hinter dir aber hey, du springst nicht Wie Cassiolo Du bist tot oder was? Ne, ja, ich bin vorhin schon gestorben, jetzt versuch ich hier grade nochmal irgendwie zu überleben Irgendwie ein Auto zu finden oder so, um zu euch zu kommen Ich hab ein Swift Magazine Swift Magazine ist für die Glock Äh, von Colt Ja genau Und dann hab ich hier noch Ich hab die Outfield Äh, welche, welche Munition braucht die? Bitte sag ne Bonjour Clip Ne Bonjour Clip ist für die Dings Die, die Outfield brauche auch Bonjour, gib mir die, gib mir die Bonjour Clips Gib mir die scheiß Bonjour Clips Ich hab die nicht mitgenommen Wo sind die? Waffenladen, ganz, äh, ganz hinten bei Friedhof Hinten bei der Post auch? Äh, weiß ich, ja doch, direkt in der Post ist der Okay, super Da hinten ist noch ein kleiner, da hinten ist noch irgendwas Äh, Hosen, Hosen Äh, da liegt noch ne Notiz, ein T-Shirt Äh, noch ein T-Shirt Ich hab schon mal Klamotten für uns Ich röst mich mal kurz raus Wie lang haben wir eigentlich noch? Ähm, ich glaub noch 2 Minuten Okay Ich guck mal kurz nach Also ich bin ja tot Gestorben, vorhin Äh, wir haben noch 25 Sekunden Ahhhh Ich geh nochmal in das Zelt rein Ich kann nicht einfach ausmachen Und wieder einsteigen, ohne was zu verlieren Doch Hä? Wir haben ja... Scheiße, wir haben noch keinen Schlafplatz Wir müssen spielen bis wir einen Schlafplatz haben Nein, ich glaub nicht, dass dann alles respawnen wird Ich glaub, es war einfach ein Serverfehler Das glaub ich nicht Den wir beim ersten Mal hatten Glaub ich schon Äh, hier sind ohne Ende Nails Bakishi hat ja... Das ist unser Timer Das ist unser Timer So, äh, das war's mit diesem Part Freddy, komm mal zur Post hin schnell Äh, geht nicht, ich muss grad kämpfen Hier sind Zombies Okay, ich bin in der Post Äh, ich beende hier den Part Ich auch Ich fang sofort den nächsten an wahrscheinlich Kurz in Ordnung Und dann bis gleich Tschüss! Tschüss! Und dann bis zum nächsten Mal Und dann bis zum nächsten Mal